So, als kongeniales Führungsteam der Stadt Mölln, Bürgervorsteher, Bürgermeister, grüßen wir die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mölln sehr herzlich und wünschen Ihnen zusammen ein frohes neues Jahr, guten Rutsch in 2020 und wir sehen uns auf jeden Fall und herzliche Einladung für den Neujahrsempfang der Stadt Mölln. Dann ist es vielleicht schon gewesen.